Du bist der Wahnsinn. Weiter. Hast du eigentlich was an mir aufgefallen? Du hast vier Ohren. Sie kotzt jeden Tag statt Frühstück. Kriegst du ja Kien. Na, oder? Haut's euch richtig rein! Ich liebe dich nicht. Es kommt keine Ahnung von mir. Aber ich kenne den Aszendenten und furzendlos nur, wenn ich nicht im Zimmer bin. Das ist wahnsinnig deprimiert. Sie kennt das noch nicht so. Ist Ihnen bekannt, dass Kinder die Träger der Gefühle der Eltern sind? Ursula! Du hast mich verlassen, Herst! Ich muss jetzt da raus, weil sonst bin ich eh dauernd auf den Pipi. Wir ziehen die Kleinen zur Selbstständigkeit, indem wir sie allein an Mischli zubereiten lassen. Ich wüsste schon lieber genau, was sie da reintun dürfen. Dinkelflocken. Kokosflocken. Rosinen. Moment, Rosinen? Rosinen. Das ist Buriski. Alter, ihr habt echt Probleme. Kann nicht mehr mithalten mit deiner Coolness, mit deiner Lässigkeit, mit deinem Hipster-Schnurrbart. Ich kann jetzt hier nicht im Supermarkt drüber reden, ob man eine Affäre anfängt. Das geht nicht. Ich weiß nicht, warum ich nicht zufrieden bin. Versteht das keiner? Ich glaub, sie versteht's. Was hatte ich bloß? Was hatte ich bloß? Die wahnsinnig geworden? Du kannst kochen und du hast deinen großen Schwanz. Ja, danke. Das hat sie zum Beispiel nie gesagt. Ich glaub, das kommt dir nur so vor.